Lasst uns zum Abschluss nochmal auf UFC 301 eingehen. Ich habe, leide Gottes und langsam hasse ich mich wirklich dafür, dass ich sonntags dann doch, also ich kam spät nach Hause durch Oktagon, habe dann schon auch ausschlafen müssen, um hier jetzt irgendwie einigermaßen fit, wie lange sind wir schon wieder am Start, drei Stunden live sprechen zu können und ich habe ja noch das Preview hier vor mir. Dementsprechend musste ich ausschlafen, hatte ein, zwei Verpflichtungen und habe es wieder nicht geschafft, die ganzen Prelims zu schauen. Ich habe mir zwei Kämpfe, die mich halt wirklich auf dem Papier sehr interessiert haben, angeguckt. Aber leider Gottes, obwohl ich die Karte in der Breite interessant fand, nicht ganz gesehen. Ich kann nichts zur Performance of the Night von Alessandro Costa sagen. Leider Gottes auch nichts zum Sieg von Ismail Bonfim, aber stark auf jeden Fall Vince Bichel zu besiegen, das ist kein schlechter. Ich habe leider Gottes auch nur Highlights von Mauricio Ruffi gesehen, der ziemlich wild war. Er hat einen super geilen, wie soll man das denn sagen, Takedown geholt, also ist so mit Scherenbeinen in Mulaki reingesprungen und hat ihn da aus dem Gleichgewicht gebracht, super stark gemacht. Vielleicht finde ich sogar das Highlight parallel und der hat wohl auch, hat wohl auch, ne finde ich nicht, danach irgendwie gemeint, dass er einen Freund von Islam Makachev besiegt hatte. Also, wie hieß er, ich suche einfach gerade mal nach dem Gegner. Das will ich parallel nochmal schauen, aber es war wohl echt eine gute Performance. Im Chat heißt es, ich habe nichts verpasst. Ah ne, ja doch, ich habe nichts verpasst und jemand hat es auch nicht geschaut, aber ich habe nichts verpasst bei den Prelims. Ich habe also eigentlich auch ein paar ganz gute Sachen von der Karte gehört. 10-1 steht da inzwischen und scheint, wie gesagt, vermutlich dann Raimund Magomedialiev, ich schätze mal, der ist es, der Kollege von Islam Makachev, den hat er wohl besiegt, deswegen irgendwie auch das Call-Out in Richtung Islam direkt verteilt. Also große Pläne auf jeden Fall der Brasilianer. Wenn ich mir auf jeden Fall noch anschauen werde, ist Yasmin Lucindo, weil die einfach ein vielversprechendes junges Talent ist, hat offenbar Kowalcevic nach Punkten besiegt, kann ja gerne mal jemand sagen, wie die so performt hat, der die Prelims geschaut hat. Ich kann auch nichts zu Druck und Silver sagen, aber ich habe mir den Kampf von Elvis Brenner angeschaut, weil der einfach ein Actionfighter ist. Mein Elvis Brenner macht so viel Bock, aber man muss sagen, Oral Bay war zu viel für ihn. Also der war, der ist halt einfach eine physische Wucht. Ich hatte auch das Gefühl, Elvis Brenner hat nicht so richtig abrufen können, was er eigentlich kann. Ja, hat Runde 1 und 2 auf jeden Fall abgegeben. Runde 1 hat auf jeden Fall Oral Bay früh harte Hände gelandet, hat Takedowns geholt. Auch wenn Brenner ein ganz guter Grappler ist, konnte er hier und da mal Positionen tatsächlich reversen und so, aber ja, nicht ausreichend viel am Boden machen, als dass er nicht auch in diesen Szenen untergegangen ist. Vor allem hat er sich immer wieder eine harte Linke abgeholt und ja, Takedowns hergegeben. Ground & Pound von Oral Bay war schön ausgewählt, fand ich. Hat immer mal harte Ellenbogen gelandet, aber halt auch nicht so kopflos reingeprügelt und irgendwie versucht, von zehn Händen eine durchzubringen, sondern auf Momente gewartet. Die Kontrolle ja so als Priorität 1 gesetzt, aber trotzdem auch Momente gefunden, da wirklich mal reinzulangen. Hat mir gut gefallen, wie der am Boden Brenner bearbeitet hat, also Runde 1 ganz klar geholt. Wackelt ihn auch super früh in Runde 2 bereits durch, der dann halt wild mitschwingt. Das ist halt typisch Shoot the Box. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Brenner auch irgendwann mal ausgeknipst wird, wenn er angeschlagen wild mitschwingt. Das hat dann erstmal gereicht, um Oral Bay doch wieder zum Takedown shooten zu lassen, aber auch da ging das Spiel weiter so. Also auch da phasenweise schweres Ground & Pound gelandet. Auch Runde 2 geholt. Ich glaube, da wurde irgendwann auch ein Cut geschlagen. Nee, ich scheine den Kampf zu vertauschen. Runde 3 wiederum war dann ja eigentlich auch eine Oral Bay-Runde. Also Brenner hat genau spät in Runde 2 in der Position reversed und da selbst mal ordentlich Ground & Pound gearbeitet. Hat kurz eine Arm-Triangle gesucht und dadurch Hoffnung, glaube ich, gefasst, um am Boden dann doch auch mal, wenn er denn der Aktivringende ist, eigene Akzente setzen zu können. Hat dann in Runde 3 früh selbst geshootet. Hat auch einen eigenen Takedown geholt. Hatte kurz einen Back-Take. Hatte kurz beide Hooks drin. Man dachte so, krass, ey, wenn der das Ding jetzt dreht, dann ist das auf jeden Fall ein eindrucksvolles Comeback so. Aber Oral Bay wird zumindest die Hooks los und wird dann, weil er immer noch Brenner am Rücken hatte, soll er erneut zu Boden gezogen werden. Greift in den Cage, verhindert damit auf jeden Fall die Szene. Und ich fand es gut, aber irgendwie trotzdem schockiert, wie schnell das ging. Hat sofort einen Punktabzug bekommen. Die Position wurde gehalten. Der Referee hat einfach nur kurz gezeigt, hier Punktabzug für diesen Fanscrap ohne Vorwarnung, ohne dass irgendwie was Vergleichbares schon mal passiert wäre, ohne dass irgendein anderes Fall passiert wäre. Aber du hast auf jeden Fall damit verhindert, getakedown zu werden. Dafür nehme ich direkt einen Punkt weg, was hart war, aber gerecht so kann man machen. Eigentlich würde ich mir so eine klare Linie nur häufiger wünschen. Es ist halt, man nimmt es halt als sehr hart wahr, weil man es sonst nicht so sieht, dass er so entschlossen gewertet wird. Aber ey, ich hate eigentlich nichts. Trotzdem habe ich erst mal gezuckt. Wer sich aber jetzt halt den Kampfverlauf vor Augen führt, okay, Brenner ist zwei Punkte hinten. Er bekommt hier aber noch einen Punktabzug. Wenn er eine 10-9 in Runde 3 holt, wird es zu 10-8 und das Ding wird ein Unentschieden. Also Brenner war auf jeden Fall in der Lage, diese Niederlage zumindest zu verhindern, verhindern, selbst wenn er kein Finish mehr bekommt. Plötzlich in einem Kampf, in dem er bis zu dieser Szene, in der er einen eigenen Takedown holt, eigentlich klar unterlegen ist. Ja, aber Orwell Bay wird ihn los, ballert selbst ein paar Hände rein, holt einen eigenen Takedown und erarbeitet sich dann auch dominante Positionen. Cruisest das Ding also nach Hause und gewinnt auf allen Zetteln 29-27 eben durch den Punktabzug. Hat sogar noch einen späten Knockdown zum runden Ende geholt. Also ja, die waren auch gegen Ende super platt, aber ey, schöner Kampf. Man muss sagen, Brenner hat schon actiongeladenere Kämpfe geliefert, aber es war ein gutes Matchup auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich mir noch Jack Shaw gegen Jonathan Brito angesehen. Das war ein Kampf, der auch ein bisschen skurril war. Ich habe im Vorhinein nicht gehatet, aber so ein bisschen klar gemacht, dass ich nicht so ganz fühle, dass Jack Shaw ans Federgewicht hochgegangen ist. Der war ja vorher im Bantamweight aktiv und ich fand ihn auch da jetzt nicht irgendwie körperlich krass überlegen. Hatte jetzt mit Jonathan Brito auf jeden Fall auch direkt ein Powerhouse vor der Brust. Der sich physisch so ein bisschen ans Federgewicht angepasst hat. Als er neu in die UFC kam über die Contender Series, war er noch viel massiger. Da hat er viel härter gecuttet. Ich habe das Gefühl, der hat so ein bisschen abgebaut, Muskulatur, um diesen Cut leichter zu schaffen und vielleicht auch konditionell einfach ein bisschen fitter zu sein. Auch was Nehmerqualitäten und so angeht. Aber es war trotzdem ein viel krasseres Powerhouse als Jack Shaw, der ihm sofort, also Brito Jack Shaw, das Bein zerhackt hat, als gäbe es keinen Morgen. Der hat da Legkicks reingejagt, die richtig geklatscht haben, richtige Wirkung gezeigt haben. Jack Shaw ist auch nach anderthalb Minuten schon fast durch so einen weggebrochen. Er hat dann daraus einen Clinch gegriffen und einen Takedown gesucht. Aber auch da hat Brito erst mal die Position gedreht. Für mich diese physische Überlegenheit auch schnell gezeigt. Und ja, dann gab es dann viel hinunter. Jack Shaw hat sich dann schon auch eher vorgenommen, ein bisschen einen Takedown zu jagen, weil er ja ein herausragend guter Grubbler ist. Ja, die haben Positionen immer mal gedreht und so, aber ich fand trotzdem, in den meisten Szenen hat man gesehen, dass Brito einfach der kräftigere ist. Und wenn der die Möglichkeit hatte und es mal gelöst hat, hat Brito halt harte Hände geschlagen und halt weiter Legkicks getreten. Einer von denen hat Jack Shaw richtig das Schienbein gecuttet. Und so wie ich es im Kommentar gehört habe, ist der damit kurz im Cage hängen geblieben. Der Kampf wurde tatsächlich, also das hat richtig gesuppt, abgebrochen, damit ein Ringarzt auf das gekattete Bein schaut, das Gesicht komplett unversehrt, aber das Bein blutet. Da hat ein Ringarzt draufgeschaut und tatsächlich den Kampf abgebrochen. Wegen einem Cut am Bein. Also ich nehme an, da hat wirklich der Knochen irgendwie freigelegen oder so. Das hat mich auf jeden Fall ein bisschen schockiert. Habe ich so, glaube ich, auch noch nie gesehen. Jack Shaw wirkte auch so ein bisschen baff, aber Hand aufs Herz, der hatte bis zu dem Kampf wenig eigene, bis zu dem Ende wenig eigene Szenen und war auf einem guten Weg, den Kampf zu verlieren, fand ich. Also es kam mir auf jeden Fall so vor. Von daher, ja, so richtig irgendwie diskutiert oder so hat er jetzt auch nicht. Ich hatte fast das Gefühl, der kommt mit Leben, da aus dem Kampf genommen zu werden. Ich habe mal, und ich tue es immer noch, aber ich habe mal richtig viel von Jack Shaw gehalten. Ich dachte, der wird Future Champion im Bantamweight. Hatte mir damals schon gedacht, ich hoffe, der entwickelt sich körperlich noch so ein bisschen. Technisch hat er auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Ich finde ihn immer noch sehr, sehr spannend, aber mach mir Sorgen, was der im Federgewicht reißen soll, weil, ey, da warten halt auch noch andere körperliche Ungeheuer so. Und, ja, du kannst im Kampfsport mit Technik sehr viel entscheiden. Es gibt viele Leute, die machen körperlich keinen krassen Eindruck und sind auch auf gar keinen Fall die Leute, obwohl die super viel erreichen, die irgendwie die Kraftwerte erzielen, die, ja, keine Ahnung, vor denen andere träumen. So ein Max Holloway zum Beispiel, der ist natürlich konditionell nicht zu brechen und was auch Nehmerqualitäten angeht, sehr gesegnet. Aber um ein Beispiel ist mir jetzt direkt in den Kopf gekommen zu nennen, Hand aufs Herz, es gibt tausend Lightweeds, die werden eine Bankdrücke mehr reißen als der. Darum geht es nicht unbedingt, aber natürlich, wenn du immer mit körperlichen Defiziten vor deinem Gegner stehst, ja, wird es halt schwer so und ich glaube, Jack Shaw hat im Federgewicht genau dieses Schicksal. Also da wird es wenige Leute geben, die gleich schwach sind, um mal ganz eklig das umzudrehen und böse auszudrücken. Also ja, keine Ahnung, mach mir ein bisschen Sorgen, den Valisen, was der so im Federgewicht reißt. Vielleicht sagt er ja irgendwann, ich habe eingesehen, dass ich ein Bantamweight bin. Oder holt sich halt einen Strangene Conditioning Coach und arbeitet ohne Ende mit dem. Das kann natürlich auch der Weg sein. Paul Craig gegen Caio Boraglio, ich sollte jetzt auch mal mir abgewöhnen. Bei den Pilims mache ich das ganz gerne, weil ich weiß, viele haben die gar nicht gesehen, den Kampf nachzuerzählen. Hat mich null überrascht, wurde halt im Kampf, im Stand Lichterloh angezündet, hat die Takedowns nicht geholt, hat Guard gepullt, was Caio Boraglio halt ja nicht mitgemacht hat, der ja auch ein guter Grappler ist. Ich glaube, der Vorteil für Caio Boraglio war es halt auch, sich nicht verrückt zu machen, was passiert, wenn Paul Craig einen Takedown holt oder halt erfolgreich mal irgendwie den in seine Guard zerrt. Sich sagen zu können, ich komme da schon wieder raus, notfalls komme ich auch mal eine halbe Minute, Minute da gut klar. Vermutlich geht der sogar mit dem Selbstgefühl durch die Welt. Ich könnte sogar mit dem grappeln, aber es muss ja nicht sein, da irgendwas zu riskieren. meinte auch im Nachhinein ja irgendwie, ich bin Teil der Fighting-Nerds, wir machen uns Hausaufgaben und wenn man seine Hausaufgaben macht, schreibt man danach eine 1+. Für mich war klar, gegen Paul Craig heißt es den wirklich aus und ja, so war es, also es war glaube ich ein TKO, aber so war es dann ja auch letztendlich. Paul Craig ist ein Phänomen vor dem Hintergrund, dass der diese Erzählung von wegen du schaffst es nicht mehr in der Neuzeit im Jahr 2024 und das hast du auch vor zwei Jahren schon gesagt, du schaffst es nicht nur einen Stil zu beherrschen und an der Weltspitze im Sport und in der UFC in der Top 15 viel zu reißen, das kriegst du nicht hin so. Nur Grappler zu sein, nur Kickboxer zu sein, dann kommt halt ein Alex Paredner und ist gefühlt nur Kickboxer. Es gibt immer diese paar Ausnahmen, aber Paul Craig ist eines dieser Phänomene, die uns schon irgendwie gezeigt haben, es geht schon, aber Hand aufs Herz, der hatte halt auch Siege, bei denen er vorher voll vor den Kopf bekommen hat, extrem Beispiel halt dieser Anker-Lalf-Sieg, der hat halt einfach Anker-Lalf ausgejokt so oder zum Tappen gebracht, aber den Kampf hat er halt davor auch 14 Minuten lang abgegeben oder 14,5 und es wurde halt einfach klar, dass, also ich finde, man hat jetzt zu oft gesehen, dass du Paul Craig besiegen kannst, wenn du einfach dieses Spiel nicht mitspielst. So ein Krülloff zum Beispiel, der hatte auch wirklich die Skills, Paul Craig zu besiegen, aber er hat halt voll sicher in dieser Guard gehangen und da Ground and Pound gehämmert und kurz vergessen, dass der halt super schnell Triangles hochwirft. Also da dachte man sich teilweise auch bei Siegen von Paul Craig und ich finde ihn sympathisch, ich habe das nicht mich ärgernd wahrgenommen, aber trotzdem dachte ich mir oft, der Gegner hat es irgendwie auch verdient, ey, selbst dran schuld, dass du das so jetzt gemacht hast gegen Paul Craig und Volkon Östemir, der wirklich auch nicht mehr der Worldbeater im Light Heavyweight ist in der Neuzeit, der hat halt einfach keinen Bock drauf gehabt und Paul Craig im Stand richtig Probleme gemacht so und dass jemand wie Cali Boraglio, der physisch krass ist, der im Stand stabil ist, der selbst ein guter Grappler ist, dass der viel zu viel für Paul Craig sein wird, das habe ich schon echt geahnt. Wir sehen hier die, ich schaue jetzt erst drauf, die Wettquoten, also minus 625 Favorit ist ja auch eine eindeutige Sache. Was tue ich denn? Ich würde zurückdrücken. Ich sollte vielleicht fairerweise, um jetzt nicht nur Paul Craig schlecht zu reden, auch sagen, ich hatte auch nicht mit gerechnetes Dämonies besiegt, aber das hat er auch geschafft. Trotzdem, ja, kein Kampfverlauf, der mich überrascht hat. Miguel Pareda wurde jetzt gerade auch im Chat schon gelobt, dass der komplett wild war oder einfach krass ist, physisch auf jeden Fall, eine komplette Maschine. Ich habe im Vorhinein auch nur gesagt, dass ich Potiera noch nicht wirklich wertschätzen gelernt habe, sage ich jetzt mal vielleicht. Er hat mich noch nie richtig überzeugt und dass ich auch so ein bisschen im Vorhinein unterschätzt hatte, also vor meinem Preview, was Pareda für einen Rückenwind hat. Also ich hatte irgendwie so seine Struggles auch im Kopf so und hatte noch im Kopf, dass der zu Beginn seiner UFC-Karriere relativ schlecht mit Energie gehaushaltet hat und so, aber der hat halt Sieg nach Sieg geholt. Ist halt, dass der physisch alle Attribute hat, um in so einer Liga mitzuspielen, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Der macht, was der körperlich reißt, ist geisteskrank. Dass der halt auch ein BJJ-Blackbelt ist, sollte man bei ihm nie vergessen. Ich finde, es gab auch Kämpfe, in denen er das schon gezeigt hat. Der ist jemand, der alle Tools hat. Was ich halt unterschätzt habe, ist, dass Portillera vom Light Heavyweight runtergekommen ist. Ich fand, es ist ein bisschen überraschend. Ich habe nicht darüber nachgedacht, nicht ausreichend Vorhinein, wie viel massiger der wirkte, aber vielleicht hat auch der harte Cut dann halt auch dafür gesorgt, dass der die erste Hand ihn runtergeschickt hat, die erst zumindest satt landende Hand und dann kommt, jetzt steht es auch schon im Chat, der illegale Shoot oder illegale Shot. Michael Pereira macht diesen Backflip in seinen Gegner, den er ja schon oft gebracht hat, landet halt mit dem Schienbein im Gesicht von Petriera, also halb Knie, halb Schienbein. Damit hat er einem ganz klar Grounded Opponent vor den Kopf getreten. Es fällt dem Referee nicht auf, das Fini kommt hinterher, das haben wir alle gesehen und Petriera kann sich richtig glücklich schätzen, dass die Diskussionen danach der Referees nicht dazu führten, den Kampf doch noch irgendwie zu einem No-Contest zu erklären, denn ich weiß nicht, ob jemand von euch Bier holen gegangen ist oder auf die Toilette gegangen ist oder sich mit Kumpels unterhalten hat, da wurde, bevor es dann hieß Winner by TKO after whatever seconds, so, after 54 seconds, bevor das verkündet wurde, gab es ja lange Diskussionen mit den Offiziellen, so, oder unter den Offiziellen, die halt die Szene nochmal besprochen haben und gesagt haben, eigentlich hätte das dem Referee auffallen müssen, der hätte nie zum Ground and Pound zur Guillotine, sorry, nachsetzen dürfen, so. Ja, da hätte der Kampf unterbrochen werden müssen, bringt so ein kleines Geschmäckle mit sich, aber ja, keine Ahnung, ist jetzt so passiert, ist jetzt auch nichts, worüber ich mich irgendwie wochenlang streiten will und dass ich mir irgendwie durch den Kopf gehen lasse und mich ärgere, wie hätte das nie auffallen dürfen. Es ist halt geisteskrank, dass der einen Rückwärtssalter in seine Gegner reinmacht, das war ja wie gesagt auch nicht das erste Mal, dass er das getan hat. Ich glaube nicht, dass der daraus lernt und das überdenkt so, aber ja, vielleicht, also, die Offiziellen sind nochmal mehr sensibilisiert, die werden die Szene auch gesehen haben, dass man da besonders drauf achten sollte, wo der landet und ich könnte mir halt vorstellen, wenn es nochmal passiert, dass das auch, ja, geahndet wird, als klares Foul, als, ja, wie soll ich sagen, als dieses Risiko eingehendes Verhalten, also nicht, dass er es provoziert hat, dieses Foul, aber dass er das halt einfach, ja, bereitwillig eingegangen ist, das Risiko und sich sicherlich dessen bewusst war, nachdem es sogar Diskussionen gab, also, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch noch einen Punktabzug irgendwann in der Zukunft sehen durch so eine Aktion von Pereira, aber will dem da auch nichts wegnehmen. Super entertainender Kämpfer auf jeden Fall. Falls ihr es nicht kennt, gibt mal Michael Pereira, Super Mario ein, da gibt es auf jeden Fall auch gute Vertonungen von Kampfszenen von ihm. Anthony Smith hat mich voll überrascht, ich hatte ja im Vorhinein gesagt, dass der höchstwahrscheinlich nicht die Tools haben wird, Petrino zu besiegen, auch da habe ich vielleicht zu vielen Physisrei interpretiert, wo ich da auch von Jack Shaw spreche und da irgendwie so schwarz sehe. Ich dachte, physisch wird Petrino, also mit seiner Physis wird Petrino auch einiges ausrichten können gegen Smith. Man muss auch sagen, die paar motivierten Rechten, die Petrino geschlagen hat, hätten natürlich in einem anderen Universum auch einschlagen können und dann zeigen die halt einfach Wirkung, aber Smith hat den gut gemieden. Ich fand es schön, ich weiß nicht, ob ihr Deutsch oder Englisch geschaut habt, im englischen Kommentar wurde so ein bisschen das Fighter-Interview mit Anthony Smith wiedergegeben, dass der sich in seinem Camp einfach auf seinen Jab konzentriert hat. Dass der mit, wie viele Kämpfen hat der auch irgendwie 50 oder so, nee, noch nicht ganz, aber mit, ja doch, 38, 19, mit einem Rekord von 38, 19 oder dann 37, 19 sagt, ich sollte an einem Basic-Move meinem Jab arbeiten, aber wenn er Defizite in dem erkennt, sagt, das ist es halt und den hat er gut gezeigt, also den weiter optimierten Jab hat der Petino ja zu Beginn ordentlich ins Gesicht gedrückt, der shootet halt, ich hatte immer gesagt, auch wenn ich Smith, ich sag mal, kritisiert habe, beziehungsweise ihm so ein bisschen die Fähigkeiten abgesprochen habe, gegen einen jungen, hungrigen bestehen zu können, habe ich immer gesagt, der ist ein sehr, sehr guter Grappler, der ist auch ein Grappling-Nerd und das ist jemand, der genau weiß, ob er so einen Basic-Move wie eine Guillotine sicher gegriffen hat oder nicht, er war sich sicher, zerrt an ihr, macht das Ding fest und ja, wir haben gesehen, Petino muss drin tappen, ging sehr, sehr viel einfacher, als ich erwartet hätte und als er ins Mikrofon gesagt hatte, for all you haters, maybe I'm not so fucking old, habe ich mich ein bisschen angesprochen gefühlt, ich habe es zwar nicht mit dem Alter begründet, aber ich dachte einfach, der wurde trotzdem vom Sport so ein bisschen abgehangen, ich muss aber vielleicht auch sagen, ich weiß nicht, ob ich das im Kommentar erwähnt habe, nicht im Kommentar, im Preview, ich mag Anthony Smith, also ich habe mich für den gefreut, ich habe nur nicht an ihn geglaubt, aber ich finde, der Kerl ist sympathisch, der kann sich ausdrücken, der wirkt intelligent, ich glaube auch, der hat vollkommen vertretbare moralische Werte, der ist jemand, der mir zumindest, seine individuelle Sache sehr nahbar erscheint, ich kann phasenweise mit dem Relaten so, ich finde, der ist ein guter Analyst, also, hey, hat mich gefreut, Smith mal wieder gewinnen zu sehen. Ja, und dann kommt halt Jose Aldo, Alter, in dem ich mich ja auch komplett getäuscht habe, ich habe mich mit Tyrone über den Kampf unterhalten, der mir, also vor dem Kampfverlauf, vor dem Datum, an dem es stattgefunden hat, bei Octagon, der mir auch gesagt hat, ey, warte mal ab, Martinez ist zwar ein guter Legkicker, aber wer geht besser mit Legkicks um als Jose Aldo, der kann die gut meiden, das kann er wirklich, der hebt sehr, sehr gut sein Bein einfach an, der checkt den nicht, der meidet die einfach sehr häufig richtig gut und, ja, ich habe den King of Rio unterschätzt, ich glaube, ich habe auf jeden Fall nicht ausreichend durchdacht, dass der in der Zwischenzeit geboxt hat, also, dass der dem Kampfsport halt sehr treu geblieben ist, ich habe gegebenenfalls Martinez auch stilistisch, ja, unausreichend auf seinen Gegner bezogen, analysiert, ich kannte seine Stärken, aber habe mir, glaube ich, zu wenig Gedanken darüber gemacht, wie Jose Aldo auf die reagieren wird, ich habe es geliebt, das zu sehen, sollte ich vielleicht an der Stelle erwähnen, ich persönlich bin niemand, der immer davon, sprach, oder, ja, wenn die Diskussion aufkam, dass für mich Jose Aldo bis heute noch das größte Federgewicht aller Zeiten ist und da natürlich, okay, Diskussion entsteht, Wolkonowski ist es, Max Holloway ist es, streitet euch so, aber diese ganzen Titelverteidigungen vor der UFC von Jose Aldo sollte man einfach erwähnen, so, versucht vielleicht mal durch das Build-Up gegen Conor nachzuvollziehen, was für einen Ruf Jose Aldo hatte, der war so gefürchtet zu seiner Prime, aber ich dachte halt wirklich in 2024 aus dem Retirement kommend, dass der, dass der nicht ausreichend flink sein wird, scharf sein wird für Jonathan Martinez, ich dachte, der wird sich voll reinhängen in die Vorbereitung, ich dachte nicht, dass er sich auf die leichte Schulter nimmt, aber du hast halt, wenn du wirklich vom Sofa aufstehst, so hast du natürlich auch erstmal eine Zeit, die du brauchst, um wieder die körperliche Fitness aufzubauen, um ja, wieder generell erstmal in so einen Modus zu kommen, in dem du dich ausreichend auf Wettkampfsport auf dieser Ebene vorbereiten kannst überhaupt und dann halt ein dadurch limitiertes Zeitfenster, um wirklich in die tatsächliche Vorbereitung auf den Gegner überzugehen, ich dachte, das wird nicht ausreichend so, aber ja, ey, der war halt stilistisch, also ja, hätte ich drauf kommen können, der war stilistisch gut gewappnet für Jonathan Martinez, es hieß jetzt auch im Chat ein paar hat er auch gecheckt, ja hat er, der hat glaube ich nicht einen so gemieden, wie ich es von Jose Aldo kenne, aber der ist jemand, der mit Leckigs früh richtig gut umgegangen ist so, dass der sich nicht krass davor fürchtet, hätte ich wirklich durch, hätte ich drauf kommen können, war rückblickend packe ich mir so ein bisschen an den Kopf, denke mir so, was für ein schlechtes, schlechtes Preview zu diesem Kampf, aber ich glaube, da haben meine Ängste auch gesprochen, ich hatte halt wirklich gar keinen Bock, Jose Aldo verlieren zu sehen, vor allem nicht gegen so einen Drecksack wie Jonathan Martinez, den ich wirklich nicht abkann, ich hab den ein bisschen gefressen so, vor dem Hintergrund war das auf jeden Fall schön zu sehen, dass der King of Rio in Rio King bleiben darf, das Boxen war halt wirklich stark so, man hatte auch das Gefühl, dass er in Runde 2 so richtig in seine Flow reinkam, ja, dass der da wirklich so eine Runde 1 schon selbstbewusst da steht, aber so vielleicht noch die letzten Zweifel oder zumindest so ein bisschen das Gefühl von, okay, erstmal reinkommen, wieder noch so vorhanden waren, spätestens in Runde 2 hat er einfach diesen Kampfgefühl so und ja, gewinnt das Ding auf allen Punkten richter Zeit und 30-27 Mann, also ja, sehr freudiges Co-Main-Event, auch schön, dass der einfach als zweites einläuft mit der Krone in Rio, sehr episch, also wenn wir hier mal schauen, Nummer 12 gerankt, nicht gerankt, eigentlich hätte Jose Aldo als erstes einlaufen sollen, aber er ist halt Jose Aldo, eigentlich haben nur Champions goldene Schrift auf den Shorts, aber er ist halt Jose Aldo, das war schön, es war für mich auch so ein bisschen eine von wenigen Ausnahmen, wo man das Gefühl hatte, die UFC würdigt, große Kämpfer, die nicht mehr am Peak stehen, so, also Robby Lawler war zum Beispiel auch jemand, der einen schönen Abgang hatte, auch natürlich durch den perfekten Kampferlauf, aber dass man dem einen Trailer vorbereitet hat und so, das war schon, das hat richtig geschmeckt, das habe ich so gerne gesehen, aber ja, gibt es selten, Jose Aldo hatte das auf jeden Fall und krass, dass er halt auch einfach sagt, der nächste Schritt ist auf jeden Fall sich mit Dana, Sean und Hunter zusammenzusetzen, das war vielleicht, sagt er nicht mal letzter Kampf, dass er dann davon spricht, sehr gegebenenfalls nochmal Champion werden kann, das könnte er sich natürlich sparen, nein, wirst du mit aller Wahrscheinlichkeit nicht, aber krass, dass der nochmal weitermachen will, da ist halt die Frage, was die UFC jetzt mit ihm veranstaltet, also es ist halt immer noch ein Name, auf dem man neue Youngstars super aufbauen kann, gegebenenfalls, wenn die den besiegen, steht halt ein großer Name an deren Record, Jose Aldo ist keiner, der denen noch lange Geld einbringen wird, in Rio hat er halt richtig gecarried, ich hoffe, man wird dieses respektvolle Verhalten, das man ihm jetzt in Brasilien gegenüber gebracht hat, auch noch so ein bisschen aufrecht, also noch weiterhin geben, das hoffe, da wird man, das wird man aufrechterhalten, dieses Verhalten, ich habe auch meine Zweifel, sonst würde ich diese Hoffnung nicht ausformulieren, wenn es selbstverständlich wäre, bin mal gespannt, was der noch so macht, im Chat heißt es auch, der sollte langsam beenden, es wird nicht besser, natürlich ist das auch meine Sorge, das war jetzt schon meine Sorge, ich brauche das halt wirklich nicht, Jose Aldo nochmal ausgenockt zu sehen in dem Alter, das würde schon wehtun, aber du provozierst es halt und natürlich ist das auch eine Sache, über die er sich bewusst sein wird, der er sich bewusst sein wird, wenn es so kommen soll, dann kommt es halt so, aber vorerst, heute, am 5. Mai, kann ich auf jeden Fall sagen, hat es sehr viel Spaß gemacht, in der Nacht auf heute Jose Aldo gewinnen zu sehen. Ja und dann sind wir beim Main Event angekommen, Alexandra Pantojo gegen Steve Urshack, ich hatte ja im Vorhinein schon gesagt, Steve Urshack ist ein sehr guter Boxer, ich hatte auch erzählt, dass ich mir ein Interview mit Luke Thomas angesehen habe, in dem er sich als Kämpfer präsentiert hat, der einerseits, glaube ich, ganz gut Gegneranalyse macht und andererseits sich seiner Stärken bewusst ist, beziehungsweise auf ein rundes Game vertraut und so selbstbewusst gesagt hat, der ist knapp, der ist schlecht im Ringen, den werde ich dementsprechend ringen, der hat Boxendefizite, mit dem werde ich boxen, so also, ja, der scheint auf jeden Fall auf sein rundes Game zu vertrauen und sich nicht nur als Boxer zu sehen, aber dass das halt die Stärke ist, die ihn gerade so ein bisschen absetzt, vor allem mit dem Frame, das ist halt trotzdem nicht wegzudiskutieren. ich finde, ich finde, man hat in diesem Kampf auch erkannt, dass er BJJ Blackbelt ist, der hat relativ versiert mit vielen Positionen auf jeden Fall gearbeitet, also in vermeintlich schlechten Positionen, die Pantoja ihn gebracht hat, in denen kam er gut klar, hat sich schlecht fixieren lassen, wurde zwar phasenweise in die Defensive natürlich auch am Boden gezwängt, aber, ja, hat er trotzdem nie überfordert ausgesehen gegen einen brandgefährlichen Grappler, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen, Pantoja ist sehr zwingend am Boden, ich fand es stark von Pantoja, dass er so früh zum Körper gegangen ist, er hat häufig Knie zum Körper gebracht, Bodykicks gebracht, auch zum Körper geboxt, ich glaube, der hat darauf gepokert, dass dieser, dieses große Fliegen Gewicht in Steve Urshack, das dementsprechend einen harten Weightcut hinter sich hat, leichter konditionell zu brechen ist, dass der ohnehin höchstwahrscheinlich, wenn man fünf Runden gehen sollte, mit dem struggeln wird und wenn man da nochmal reinhämmert und dementsprechend diesen Prozess der Ermüdungen beschleunigt, indem man den Körper bearbeitet, hat man sich, glaube ich, Erfolge in den späteren Runden ausgemalt, so habe ich zumindest interpretiert, ich kann natürlich nicht den Köpfe reinschauen und habe mich auch nicht mit dem Team von Alexandra Pantoja unterhalten, aber so habe ich es wie gesagt interpretiert, das fand ich stark, trotzdem muss man halt sagen, im Striking war auf jeden Fall Steve Urshack der Bessere, so, also ich glaube, Pantoja hat halt auch auf seine Nehmerqualitäten vertraut, so, ist halt natürlich zu Beginn, oh meine Notizen sind gerade nicht übernommen worden, das ist natürlich problematisch, Sekunde, Pantoja ist natürlich auch, ja, früh sehr aggressiv gestartet, aber hat halt auch da gezeigt, dass er, dass er konditionell so ein bisschen struggelt, gegebenenfalls so, das ist ja technisch, sorry, ich habe gerade, das war dumm, ich habe gesagt konditionell struggle, das war, keine Ahnung, warum das, diese Worte aus meinem Mund kam, ich habe was anderes gedacht, parallel was gelesen, das war blöd, ja, Pantoja hat Defizite gezeigt, hat aber halt früh guten Druck gemacht und es war klar, früher oder später werden dann doch auch mal wilde Rechte im Ziel einschlagen, geil, ich habe meine Notizen irgendwie verloren, wie konnte das denn passieren, aber wir machen das aus dem Gedächtnis, obwohl es super ärgerlich ist bei diesem Kampf, den ich eigentlich Runde für Runde besprechen wollte, ich versuche mal gerade, ob ich hier irgendwie eine Version wieder wiederholen kann, vielleicht habe ich ein Dokument nicht gespeichert, das wäre sehr, sehr ärgerlich, alle Notizen sind noch da, ich mache mal Steuerung Z, ist eigentlich rückgängig, das ist natürlich scheiße, ähm, hm, ich glaube tatsächlich, das müssen wir aus dem Stehgreif machen, Runde 1 war auf jeden Fall eine Pantoja-Runde, soweit ich mich erinnere, ähm, ich fand, ah, fuck, das aus dem Gedächtnis machen, das ist gerade super ärgerlich, kurzer Super-Go eigentlich, ich fand, Runde 2 war eine erste enge Runde, und ich hatte eine Tendenz zu Oerlshack, ehrlich gesagt, Runde 3 hätte ich ihm gegeben, und Runde 4 auch, soweit ich mich erinnere, und Runde 5 ist eine Pantoja-Runde, also Runde 4 war safe eine Oerlshack-Runde, das weiß ich noch, das haben ja auch die Teams so gesehen, ähm, ich fand es sehr, sehr wild nach drei Runden, und das war ein übertrieben enger Kampf, also über Runde 2 konnte man sich streiten, über Runde 3, ich glaube, die war auch noch relativ eng, aber ich hatte eine Tendenz zu Oerlshack, ähm, ja, ich finde, ich schaffe das jetzt auf Anhieb nicht, keine Ahnung, wie man ein Dokument wieder erstellt, Versionen in einem Apple-Notiz, boah, keine Ahnung, Krise, ähm, müssen wir jetzt Presel machen, sehr ärgerlich, ähm, ich fand es wild, dass nach drei Runden und Hand aufs Herz, es war ein Kampfverlauf, bei dem sich kein Team sicher sein konnte, ähm, wie dieser Kampf verläuft, dass beide Ecken sagen, drei Runden gehen an Pantoja, Pantoja wird aufgebaut, ja, wir haben drei Runden, mach so weiter, stabiles Ding, Oerlshack wird gesagt, probably we lost all those three rounds, wo ich mir dachte, warum sagt man das dem, ist man tatsächlich in seinem Team überzeugt davon, oder will man den psychologisch darauf einstellen, Druck zu machen, du musst hier hart arbeiten, das Ding muss, äh, das muss irgendwie klappen, dass du, dass du das an dich reißt, so, ähm, fand ich wild, hab ich auf jeden Fall ein bisschen stutzig wahrgenommen, kann halt wirklich, also, ich würde da nicht zwangsläufig interpretieren, dass das Team von Oerlshack keine Kämpfe interpretieren kann, auch wenn man sagen muss, wenn du emotional involviert bist, parallel coachst, ähm, dass sich so eine Wahrnehmung von einem Kampferlauf schon auch verschieben kann, aber es kann halt auch einfach so ein bisschen Psychologie sein, um deinen Kämpfer zu beeinflussen, ich fand halt, schwierig wurde das, um die Ohren geflogen, ist es Oerlshack, glaube ich, zu Beginn von Runde 5, in dem er dann zwar dachte, okay, Runde 4 habe ich gewonnen, Runde 4 war, ähm, zweifelsohne seine Runde, ich kann gerade keine Szenen mehr besprechen, weil ich, wie gesagt, meine Notizen verloren habe, lasst euch gesagt, mich ärgert das gerade am meisten, ähm, aber, der geht dann trotzdem natürlich mit dem Bauchgefühl in Runde 5, ich muss den finishen, weil er noch die Worte vom Anfang im Ohr hat und, ähm, ja, der hat da ja auch aktiv gerungen, was er generell in dem ganzen Kampf immer mal gezeigt hat, dass er selbst shootet, was ich nie so richtig gefühlt habe, ich mir aber auch dachte, okay, du bist selbst ein guter Grappler und gegebenenfalls, da sind wir wieder bei dem Gespräch, das so häufig irgendwie, äh, Thema wird, ähm, natürlich wirst du im Stand auch erfolgreicher, wenn du den Gegner zumindest vor das Szenario stellst, dass du auch shooten könntest, also vielleicht war das der Gedanke, in Runde 5 flog es ihm halt um die Ohren, weil Pantoja das Ding reversed, ähm, er ihn verliert und, ähm, den Kampf dann abgibt, so, also, ähm, ja, problematisch, Runde 5 ist dann eine Pantoja-Runde, Runde 4 ist eine Urshak-Runde, Runde 1 ist eine Pantoja-Runde, Runde 2 und 3 entscheiden diesen Kampf, ich persönlich tendiere bei beiden zu Urshak, der mit Ellenbogen schönen Schaden macht, vor allem, der so ein, zu Beginn dieses Kampfes viel auf Konter lauert und das so ein bisschen zu eindimensional macht, ich meine, es ist nur verständlich, dass das Gameplan war, Pantoja ist halt ein wild schwingender, aggressiver Kämpfer, der Druck macht, äh, den man vor allem als guter, langer Boxer outstriken kann, ähm, dass man das als Teil seines Gameplans implementieren will, volles Verständnis, ich glaube, das wäre sogar ich drauf gekommen, so, ihm das zu raten, ähm, aber ich hatte das Gefühl, in Runde 1 war er nur fokussiert darauf, da ging er halt nicht so auf die Rechnung, aber mit der Zeit kam halt auch die Konter, er hat aktiver mit seinem Jab gearbeitet und hat halt vor allem aus der Nahdestanz immer mal schöne Ellenbogen reingebracht, Uppercuts haben mir auch gefallen, aber die Ellenbogen haben ja auch, ähm, Pantoja ordentlich gecuttet, ich dachte früh, dass der Cut an Earthsex Stirn auch von einem Ellenbogen von Pantoja kam, aber in der Wiederholung hieß es, äh, oder wurde klar, dass es ein Kopfstoß war, also das Blut, falls das jemand vielleicht nicht, da gerade nicht auf dem Bildschirm geschaut hat, oder halt auf Deutsch geschaut hat, und die Info vielleicht nicht durchgekommen ist, ähm, Earthsex hat nicht durch Schlagwirkung von Pantoja geblutet, sondern durch, ähm, einen unabsichtlichen Kopfstoß, aber das Blut an Pantoja und der Cut war ja übel, kam halt durch schön platzierte Ellenbogen von Earthsex, da führen wir uns vielleicht auch wieder vor Augen, dass, ähm, das halt ein klares Kriterium ist, anhand dessen Judges Schaden bewerten sollen, ob jemand blutet und Schaden ist Priorität Nummer 1 zum Runden zu werten, deswegen gebe ich die Runden denen diese Cuts auf Gehen Earthsex, ich finde es nach wie vor, das kann ich immer wieder einschieben, wenn wir das Thema haben, dumm, dass man das an Schaden, an Blut auch festmachen sollte, den Schaden, aber gut, irgendwelche Richtwerte braucht man halt und wenn man Runden bewertet, sollte man sich nach den offiziellen, an den offiziellen Regeln orientieren und nicht nach eigenem Ich fände das richtig so und wenn wir uns das vor Augen führen, Blut, offene Cuts sind ein klares Zeichen von Schaden, Schaden ist als erstes zu werten oder als am priorisiertesten zu bewerten, dann machten diesen Runden Earthsex den nennenswerten Schaden. Runde 2 war noch eine enge, ich kann mir vorstellen, dass in Runde 2, ich wäre gerne noch mit den Notizen durchgegangen, ein letztes Mal, die habe ich leider gerade aufgrund, ich glaube vermutlich Dummheit oder irgendwelche technischen Probleme, aber ich glaube Dummheit, ich glaube ich habe einfach nicht gespeichert, da habe ich die verloren, aber ich könnte mir vorstellen, dass psychologisch Earthsex in Runde 2, Dominante wirkte, dadurch, dass er dort erstmals seinen Flow gefunden hat, Runde 2 ist eine enge, ich glaube, hat er mir da aufgeschrieben, Tendenz Earthsex, meiner Meinung nach, was so, ist ja auch eine sehr vorsichtige Formulierung ist, das ist für mich die entscheidende Runde, ich persönlich gebe ihm Runde 3, save Runde 4, wild ist halt, dass Pantoge auf einem Punktezettel 49, 46 gewinnt, heißt, jemand hat ihm weder Runde 2 noch Runde 3 gegeben, schätze ich, wir können gerne mal schauen, was auf diesem Punkterichterzettel entsteht, genau, ein Judge hat ihm ausschließlich Runde 4 gegeben, die hat er Gott sei Dank auf allen Punkterichterzetteln, jeder hat Runde 5 bei Pantoge, jeder hat ihm auch Runde 1 gegeben, ich persönlich hätte halt tatsächlich 2, 3 und 4 Earthsex beim ersten Mal schauen gegeben, aber das sehen die anderen Punkterichterzettel anders, sie machen es einheitlich zumindest, sie geben ihm Runde 2, aber nicht Runde 3, beim ersten Mal schauen kam er, glaube ich, Runde 2 engerfalls Runde 3, man sollte die beiden Runden nochmal schauen, also unabhängig davon, dass das, ich hatte ja, bevor ich diese Punkterichterzettel aufgerufen habe, bereits auch in meiner, sogar aus dem Kopf meine Erzählung gesagt, das waren die entscheidenden Runden, Runde 3, Runde 1, 4 und 5 sind relativ klar, wer diesen Kampf wirklich nochmal durchgehen will und nochmal für sich selbst klären will, ob er das richtig fand, was da entschieden wurde, schaut am besten erneut Runde 2, Runde 3, ich habe den Kampf selbst einmal gesehen, man kann sich darauf einigen, dass es ein verdammt enger Kampf war, es war in auch mich sehr entertainender Kampf, Euschseck hat einen krassen Fast Track zum Titelkampf bekommen und ja, diesen Test würde ich sagen, obwohl er unterlegen hat, mit Bravour gemeistert, also der hat sich wirklich gut verkauft, erneut ist es halt wild, dass, der Gedanke ist wild, dass gegebenenfalls die Ansage, ey, du liegst 3-1 hinten, vor Runde 5, ihn vielleicht diesen Kampf kostete, weil er hat eigentlich gut Momentum im Stand aufgebaut, Pantoja wirkte auch langsam in manchen Phasen so ein bisschen ratlos im Stand, es wurden ja auch Take-Downs phasenweise verteidigt, wir können uns nochmal vor Augen führen, gewinnt er diese Runde, ist er auf den beiden Punktezetteln vorne, auf dem nicht, okay, aber dann gewinnt er das Ding, dann gewinnt er einfach diesen Kampf, ja, das ist halt bitter, müsste man mal die Kämpfer wirklich, die Coaches fragen, ob die das tatsächlich so wahrgenommen haben, oder ob es irgendwie Psychologie war und die dachten, es wäre wertvoll, wenn er mit dem Gefühl in diesen Kampf geht, aber ich hätte immer gesagt, der Kämpfer sollte wissen, was tatsächlich abgeht, ich hätte nie mit Gewissheit gesagt, dass er drei Runden abgegeben hat, aber okay, so lief es jetzt, ärgerliches Ding, es ist ein starkes Fliegengewicht, ich will vielleicht abschließend nochmal wissen, wie alt der Kerl ist, ich glaube, Steve Ursick hat auf jeden Fall einen Stil, mit dem er vielen Fliegengewichten richtig Probleme machen wird, der ist 28, der hat auf jeden Fall noch 4, 5 starke, starke Jahre vom reinen Alter hervor, vor sich und ey, mit dem Australier ist zu rechnen, also 1,73 im Fliegengewicht ist groß, der hat wirklich ein rundes Game, für mich hat er auch in dem Kampf wirklich bewiesen, dass er sich im Grappling nicht verstecken muss, von daher sagen wir vielleicht nochmal, selbst mit dem Kampfverlauf könnte der auf dem einen oder anderen Punkt der Richterzettel auch Champion werden und wenn die Runde 5 anders verläuft oder halt von mir ist auch Runde 1, dann sowieso, also, ja, krasser Typ, man muss jetzt aber auch, man hat jetzt viel über den geredet, auch nochmal kurz vielleicht über Pantoja sprechen, der ein geisteskrankes Mindset hat, ein geisteskrankes Kinn, also der hat auch wirklich harte Dinge genommen und ist da durchgerannt, wie gesagt, ein sehr, sehr zwingendes Grappling, mir tut er immer so ein bisschen leid, aber ich habe bis heute auch das Gefühl, dass der noch so richtig das Gefühl hat, was beweisen zu müssen, also auch, ich weiß nicht, ob Leute da noch geschaut haben, im Octagon-Interview sagt er zur Halle, ey, verlass nicht die Halle, der Champion spricht, bleibt hier so, wo der gefühlt doch so richtig ja noch so eine, wie gesagt, doch mal was beweisen muss, der fühlt sich noch nicht komplett wertgeschätzt, der wirkt gar nicht satt, obwohl der halt wirklich, man, wir können uns mal vor Augen, für den Benet schon alles besiegt hat, einen richtigen, richtigen Run hat, also ich glaube, es gibt Leute, die hätten mit seinem sportlichen Stand wirklich schon, da müsste man sich schon Sorgen machen, ob die zu viel auf Partys sind und das Goodlife leben, der hat zweimal Brenton Moreno besiegt, der hat zweimal Brenton Reval besiegt, Alex Perez, Manuel Karp, Mann hat der gute Leute besiegt und ich habe das Gefühl, der will noch, der will höher, schneller, weiter, so, ich glaube, dass der zu wenig arbeitet, also im Training, da, das ist keine Sorge, die man haben sollte und, ja, ich verstehe jeden, der sagt, im Stand wirkt der nicht so überzeugend, der hat doch Lücken, Ersack hat die auch aufgezeigt, der kommt so viel über Willen, das kann nicht immer gut gehen und so, aber der Kerl muss auch erst mal besiegt werden, der ist irgendwie so eine, ich habe so im gleichen Gedankengang das Gefühl von, der wirkt schlagbar und irgendwie wirkt er auch unschlagbar, weil er halt einfach so eine Wahnsinnige ist, der halt der Kannibale heißt und halt wirklich zum Fressen kommt, so, der kommt nicht als Wettkampfsportler, um zu gewinnen, der kommt, um zu kämpfen, so, und, ähm, das in Verbindung mit diesem starken Grappling und natürlich einigen Striking-Einheiten, der wird natürlich auch nicht schlechter im Stand, so, ähm, garantiert für mich Actionfights, das kann ich sagen und, ähm, ist vielversprechend, was einfach auch die Leistungsfähigkeit angeht, ich meine, man muss hier jetzt auch nochmal vielleicht aufs Alter schielen, der ist 34, im Fliegengewicht in der Division, die schon auch über, viel über erneute Reaktionsgeschwindigkeit, hatte ich auch schon zum Branden und Weight gesagt, funktioniert und, ähm, ja, indem auch die Leistungsdichte, ja, die Leistungsdichte nicht mal zwangsläufig, indem das technische, technische Niveau an der Spitze ein verrücktes ist, ähm, ich denke, Mohamed Mokar wird früher oder spät diesen Titanshot bekommen, das hat starke Ringe, aber, ich bin mir nicht sicher, ob ich gegen Pantoja wette, ich glaube ehrlich gesagt nicht, auch nicht gegen Mohamed Mokar. Also, ich kann mir vorstellen, dass Mohamed Mokar die Tools hat, den zu besiegen, ähm, wie gesagt, ich habe irgendwie bei Pantoja sofort beide Gedanken im Kopf, der wirkt schlagbar und ich weiß nicht, ob es jemand schafft so, ähm, mir macht das Spaß, also, ich finde es schade, wie wenig Liebe der Sage schon bekommt, im Chat hieß es auch eben, die Kämpfe von dem sind irgendwie immer gleich, aber, also fühle ich so ein bisschen, ich wusste, was damit gemeint ist, aber ich finde, die sind eigentlich immer entertainend, also, mir macht Pantoja eigentlich Spaß, ähm, auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich hätte den Kampf tatsächlich Örstag gegeben, der ist ein krasser Typ, Mann, und geärgert, dass das so endete, habe ich persönlich mich beim besten Willen nicht.